Versuchen wir dabei auf Dinge zu setzen, wo sie auch immer was sehen, also eben nicht nur die Summe zweier Zahlen auszurechnen. Wir haben auch Übungen morgens um 6 Uhr oder erst abends um 18 Uhr, um wirklich alle Bedürfnisse abzudecken. Wir haben ein Plugin für Studon geschrieben, was speziell für Programmierfragen verwendet werden kann. Wir bieten eine Lehrveranstaltung an für Informatik für die Nicht-Informatiker. Also wir sollen grundlegende Informatikkenntnisse für alle, die an der Tech-Fag nicht Informatik studieren, nicht nur Tech-Fag tatsächlich, sondern auch andere Fakultäten. Und haben da das große Problem, dass der Kenntnisstand unserer Studierenden sehr unterschiedlich ist, wenn sie zu uns kommen. Das heißt, mit unserer Lehre müssen wir aufpassen, dass wir einerseits nicht Leute abhängen und andererseits aber Leute, die schon was können, nicht langweilen, dass sie mitmachen können. Da das in der normalen Vorlesung nicht geht, brauchen wir Werkzeuge dafür, wo wir das machen können. Und da bieten sich eben Lernplattformen wunderbar dafür an, um genügend Material für alle zu haben, dass ausreichend Übung da ist, um sich anzupassen. Informatik steckt heute wirklich in allen Bereichen des Lebens drin, sei es in Steckdosen, Temperatursensoren, Wassermessgeräten. Und da ist nicht nur die Technik interessant, sondern auch das Drumherum. Das interessiert Informatikerinnen und Informatiker auch nochmal ganz besonders. Wie sieht es zum Beispiel mit Datensicherheit aus? Und egal, auf was man jetzt den Fokus setzt, sei es eher die Technik oder das Drumherum, die Bedürfnisse, die Leute haben, die Programmieren und Informatik generell lernen, sind so verschieden, dass wir auch unser Lehrangebot sehr divers aufbauen müssen. Auch bei der Betreuung versuchen wir, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Studierenden einzugehen. Das heißt, wir haben eine große Schar an Tutorinnen und Tutoren, die uns da bei der Betreuungsarbeit unterstützen. Wir bieten zu sehr vielen Terminen in der Woche Sprechstunden an. Das sind sehr kleine Sprechstundengruppen, wo alle Studierenden ihrer eigenen Gruppe zugeteilt sind und wo sie mit Problemen, die sie ganz individuell betreffen, hinkommen können. Das heißt, während wir eher große, die Allgemeinheit betreffende Fragen eher in der Vorlesung, in der Fragestunde beantworten, sind diese kleinen individuellen Fragen, die werden von unseren Tutorinnen und Tutoren in diesen Sprechstundengruppen beantwortet. Und weil wir so viel auf Eigenverantwortung setzen in GDI, muss man da auch nicht hinkommen, wenn man es nicht braucht. Das ist kein Stoff, der da abgearbeitet wird, sondern unsere Tutorinnen und Tutoren warten da in dem Raum oder wir bieten auch hybrid das Ganze nochmal digital an. Auch übrigens zu Zeiten, die jetzt nicht klassisch sind. Wir haben auch Übungen morgens um 6 Uhr oder erst abends um 18 Uhr, um wirklich alle Bedürfnisse abzudecken. Und wenn jemand Fragen hat, dann kommt derjenige in diese Sprechstunde, kann seinen eigenen Code präsentieren und zeigen, an der und der Stelle komme ich nicht weiter. Und dann können unsere Tutorinnen und Tutoren fast genau diesen Studierenden helfen. Der Kernpunkt in der Informatik oder beim Programmieren lernen ist wie bei vielen anderen Dingen natürlich Übungen. Und man fällt relativ leicht in die Falle, dass wenn jemand was erzählt und erklärt, dass man der Meinung ist, dass man es kann und wenn man es dann selber ausprobieren muss, dann funktioniert es halt leider nicht. Deswegen ist die eigenverantwortliche Übung für unsere Studierenden wichtig. Und das ist das, wo wir ansetzen. Wir bieten ganz viele Übungsaufgaben von unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden an. Um ihnen auch interessante Inhalte bieten zu können, versuchen wir dabei auf Dinge zu setzen, wo sie auch immer was sehen. Also eben nicht nur die Summe zweier Zahlen auszurechnen, sondern eine Spielfigur über ein Spielfeld laufen lassen oder ein Labyrinth durchgehen oder durch eine Wasserleitung schicken oder ähnliche Dinge, sodass dann nicht nur das Feedback richtig oder falsch ist, sondern halt etwas rauskommt, was was tut und nicht nur irgendwie Buchwissen ist. Der Leistungsnachweis setzt für Studierende im Wesentlichen nahtlos an dem an, was wir für die Vorlesungsnachbereitung machen. Es ist die gleiche Plattform, die gleiche Umgebung, in der sie die ganze Zeit gearbeitet haben. Sie schreiben da ihre Programme. Die sind vergleichbar mit den mittelschweren Aufgaben, die sie so im Vorbereitungszyklus machen können. Also das ist immer die Woche davor, bereiten sie praktisch die nächste Hausübung mal als Probe durch, bekommen das besser besprochen und so weiter mit unseren Hilfskräften zusammen. Und dann in der nächsten Woche sollen sie selbstständig ihre Hausübungen bearbeiten. Die werden dann abgegeben und korrigiert. Und dann bekommen sie eben Anmerkungen zu, wie sie ihre Programme, die sie gerade geschrieben haben, dann besser machen können. Der zweite Teil vom Leistungsnachweis ist die Klausur. Da haben wir klassische Fragen, wie in den meisten Klausuren, die zur Theorie gehen, also die man auch sehr theoretisch bearbeiten kann. Da gibt es ganz viel, was auf der Lernplattform schon zur Verfügung stand. Wir haben aber, wie gesagt, diese spezielle Anforderung, dass wir eben auch Programmierkenntnisse abfragen wollen. Das heißt, das gehört dann auch wieder in unsere Klausur mit rein, dass wir eine interaktive Umgebung wieder haben, wie in den Übungen, wie das, was wir das ganze Semester über gemacht haben. Also wir haben ein Plugin für Studon geschrieben, was speziell für Programmierfragen verwendet werden kann, in dem Quake-Code übersetzt werden kann und ausgeführt werden kann, sodass man auch sieht, was die Programme tun, im Gegensatz zu dem, was man normalerweise auf einer Papierklausur machen würde. Dass die Studierenden während der Prüfung so arbeiten können, wie sie auch in den Übungen gearbeitet haben, also dass sie ihre Programme testen können und sehen können, was rauskommt, bevor sie sie uns dann abgeben. Und nachdem das relativ gut funktioniert hat, haben wir dann angefangen, stufenweise das eben auch für andere Dinge in unserer Veranstaltung zu verwenden, namentlich jetzt den Übungsbetrieb und das vorlesungsbegleitende Material. Bei unseren Studierenden kam das jetzige Format sehr gut an. Besonders gelobt wurde unsere Aufbereitung im Studon. Also nicht nur die vielen kleinen Übungsaufgaben, da wurden sich sogar noch mehr Übungsaufgaben gewünscht. Das heißt, da werden wir in Zukunft auch noch mehr Aufgaben machen. Vor allem aber die Organisation. Das heißt, nachdem wir auf das Konzept setzen, alle Informationen an einem Ort, sowohl das Lehrmaterial als auch die Übungsaufgaben, haben wir uns auch dazu entschlossen, den ganzen Lehrplan sehr gut bekömmlich auf einer Seite im Studon zu präsentieren. Das heißt, wir haben eine Timeline gebastelt, wo man interaktiv durchklicken kann, was ist denn für diese Woche der Stoff, welche Aufgaben muss ich für diese Woche lernen. Damit setzen wir auch die Hürde möglichst niedrig, dass, wenn man sich sowieso schon auf der Lernplattform befindet und da jetzt gerade den Stoff gelernt hat, dass man direkt als nächsten Klick einfach zu den Übungsaufgaben kommt. Und dieses Konzept, dass das alles über diese Timeline verlinkt ist und alles auf einen Blick sichtbar ist, das kam sehr gut an. Es hat was gebracht, das ist, glaube ich, das wichtigste Fazit. Wir stellen schon gerade für Anfänger, die immer so ein bisschen der Problemfall in solchen Lehrveranstaltungen sind, die Angst davor haben, dass sie jetzt Informatik lernen müssen, weil sie sich ja bewusst nicht für die Informatik entschieden haben. Und für die schaffen wir jetzt schon eine Umgebung, wo der Einstieg deutlich einfacher ist. Also sie kommen leichter dazu, mal anzufangen wenigstens, was schon viel von dem ist, was wir brauchen in so einer Veranstaltung. Modernes Lernen heutzutage funktioniert nun mal digital und wann immer man sich selber einen neuen Skill anlernen möchte, dann geht man auf die herkömmlichen großen Plattformen, teilweise kostenpflichtig oder kostenlos, und lernt dort selbstständig im eigenen Tempo, wann immer man Zeit hat. Und genau so in die Richtung sollte sich auch universitäres Lernen entwickeln. Das nächste Semester und auch die Semester danach wollen wir neue Videos drehen. Das heißt, wir wollen unser Wissen knackiger, in kleinen Portionen aufbereitet, unseren Studierenden zur Verfügung stellen. Ganz konkret wollen wir im nächsten Semester mehr auf Vorprogrammieren setzen. Das heißt, wir werden erfahrene Tutorinnen und Tutoren nehmen, die spezielle Übungen leiten, wo sie Aufgaben vorprogrammieren, damit unsere Studierenden sehen, wie so eine Aufgabe von jemandem gelöst wird, der schon Erfahrung hat. Mehr darin zum Lernen hamburgischen auf Instrument dann hat man was, wo sie auf Entfernung nehmen zum Lernen oder k buck Design – Dann kochen sie auf. – Untertitelung des ZDF, 2020